Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen 3D Drucker Technik Verständnis Video von mir und heute soll es mal um den Infill und die Wall Thickness gehen. Also Wall Thickness ist die Wandstärke der äußeren Schicht quasi. Das seht ihr zum Beispiel hier, das ist 3 mm. Die anderen sind alle so 1,2 mm. Beginnen wir hier mal ganz links. Das ist ein Zig-Zag-Zick-Zack-Infill mit 3 mm Wandstärke hier außen. Das sehen wir hier, das sind quasi einfach solche Kästen, die durchgängig sind bis zum Boden. Und daneben hier dieses hier, das ist ein 5% Infill Concentric und da sehen wir auch direkt, dass der Infill hier, der hat keine Verbindung quasi mit der Außenwand oder mit den Wänden generell. Das heißt, wenn ich hier drücke, dann bewegt sich das Ganze nach innen. Das kann ich bei dem hier außen nicht machen, erstens wegen der Wallstärke und die Last wird natürlich hier auf das Gitter darunter verteilt. Das ist also so, dass Infill gibt dem Ganzen auch so eine gewisse statische Stabilität, je nachdem was man da wählt. Also das hier gibt überhaupt keine Stabilität, das ist eher nur so ein, ich weiß gar nicht, wo man das überhaupt einsetzen würde. Das Infill hier drin, ihr seht schon, dadurch, dass es keine Verbindung, hier eine Verstrebung gibt, ist das hier auch flexibel. Das heißt, wenn man irgendwas flexibel gestalten will, dann mag das Sinn machen. Mir fällt da jetzt allerdings kein Anwendungsfall an. 5% Infill, das hier waren 20. Kommen wir zum dritten. Das dritte ist hier, das ist Quarter Cubic und da ist es so, hier oben, wenn ich drücke, ist es schon stabil, also da biegt sich nichts durch. Durch diese Verstrebungen hier ist es aber so, dass hier innen diese Verstrebungen, ich kann die jetzt mal ein bisschen bewegen hier, ihr seht auch die hier sind zum Beispiel biegsam, weil die auch keine Verbindungen haben und das gibt jetzt hier schon ein bisschen mehr Stabilität, aber bei weitem nicht so viel wie das hier, das kann man nicht vergleichen und gleich kommen wir noch zum letzten, da ist die Stabilität auch mal dann was ganz anderes. Also, das hier ist ein weiterer Infill-Typ. Ich werde im Anschluss übrigens mal alles genau zeigen, was für verschiedene Infill-Typen es gibt und werde das Ganze auch wieder in Cura demonstrieren und wichtig ist eben, dass der Infill, das müsst ihr euch merken, der beeinflusst quasi die Stabilität des gesamten Modells. Wie stabil wird das dann im Endeffekt, wenn man Druck ausübt? Wenn ihr jetzt nur ein Modell wie ein Männchen oder sowas zum Anmalen ein Modell nehmt, dann ist das natürlich nicht so wichtig, aber bei anderen Sachen sind diese Überlegungen auf jeden Fall wichtig, vor allen Dingen, wenn es um Flexibilität geht und wir es nicht statisch haben wollen oder sehr stabil wie das hier, dann sollte man auch noch die Wall-Thickness der äußeren Wand mit berücksichtigen. Jetzt schauen wir uns mal das letzte hier an. Das hier, das ist 30% Cubic und ihr seht, der hat hier eine Art Dreiecksmuster gemacht. Das ist aber nicht durchgehend bis in die Tiefe. Damit man das sieht, habe ich das Ganze hier mal aufgesägt. Ihr seht also, der wechselt das quasi. Am besten sieht man das in Cura in dem Demonstrationsmodus. Dazu kommen wir wie gesagt im Anschluss dann noch. Das hier ist wirklich sehr, sehr stabil. Der hat ja quasi ein absolutes Dreiecksgitter, das kreuz und quer verstrebt ist, gemacht. Dadurch wird das wirklich extrem stabil. Und ja, das ist auch so ein Infill-Typ, den ich quasi bevorzuge, wenn ich da möglichst viel Stabilität erzeugen will. Wenn ich jetzt die Wall-Thickness auch noch erhöhen würde und zum Beispiel den Infill noch ein bisschen hochschrauben auf 40%, dann habe ich schon ein verdammt stabiles Modell. Das ist ein Würfel, auf den kann ich mich dann nachher draufstellen. So, das war jetzt erstmal das Intro. Das sollte euch mal so einen groben Eindruck vom Infill geben, wie das so aussieht, so was da eigentlich der Sinn dahinter ist. Was soll das Ganze? Warum erhöht man den? Warum senkt man den? Es geht einfach um Stabilität und Statik, die die verschiedenen Muster eben ermöglichen. Und jetzt im Anschluss zeige ich euch mal, wie das Ganze dann in Cura aussieht. Da können wir das ein bisschen besser betrachten, weil ich es von oben nach unten durchgehen kann. Außerdem werde ich euch jetzt im Anschluss noch alle weiteren verschiedenen Muster, die es momentan hier in Cura gibt, zeigen. Dann seht ihr das mal und damit geht es jetzt weiter. So, jetzt befinden wir uns in Cura und wie ich das schon mal bereits erwähnt habe, ihr könnt exportierte Modelle einfach in Cura öffnen. Das heißt, ihr exportiert die als G-Code und dann öffnen wir jetzt mal als erstes hier 20% Infill, zickzack 3mm Wall. Und jetzt kann ich mir hier die Vorschau anschauen, wie das gedruckt wird. Das heißt, ihr müsst keine Testdrucke machen. Das geht in älteren Cura-Versionen eventuell noch nicht, aber ich habe hier momentan Cura 4.5. Da geht das auf jeden Fall so. So, ihr seht jetzt hier folgendes. Ich kann jetzt hier erstmal hingehen und hier rechts einen Regler betätigen. Dann geht das Ganze nach unten quasi so, wie es gedruckt wird, bis zur Basis. Und wenn ich dann angucken möchte, wie der Druckkopf sich verhält, dann kann ich hier diesen Regler nehmen und entweder auf Play drücken. Dann sehe ich genau, wie der gedruckt, also wie der Drucker nachher druckt. Oder hier kann vorscrollen. Dann sehe ich ganz schnell, was er hier macht, wie das aufgebaut wird. So. Wir sehen jetzt hier, wenn ich weiter hochgehe in den Ebenen, er macht hier ein Gitter. Ich gehe mal näher ran, dass ihr das sehen könnt. Und wenn ich jetzt nach oben gehe, bleibt das Gitter gleich. Das Gitter geht von oben nach unten. Das heißt, wir können hier reingucken, durchschauen, so wie ich das bereits alles erklärt habe. Dann wird das hochgedruckt, hochgedruckt, hochgedruckt. Und irgendwann als letztes kommt dann natürlich der Deckel. Wir sehen hier auch auf der Außenseite bei der Wall hier dickere Layer. Wie gesagt, das ist drei Millimeter, die dickste Wand von all den vier Testdrucken, die ich da rausgelassen habe. Und das war das erste Modell. Das haben wir uns jetzt hier angeschaut. Und jetzt schauen wir uns mal das nächste an. Jetzt öffnen wir mal konzentri 0,5% Infill mit einer 1,2 Millimeter Wall. Seht ihr direkt, die Linien sind hier nicht mehr so viele vorhanden. Also das ist dünner jetzt das insgesamt. Dann gehen wir mal runter. Und das seht ihr auch hier quasi, er druckt hier einfach bei konzentrik einfach dieses, ich nenne das jetzt einfach mal Labyrinth. Allerdings seht ihr, dass im finalen Druck hier auch noch ein Zwischenbalken entstanden ist, den wir jetzt hier nicht sehen. Also es kann hier immer Abweichungen geben. So 100% genau ist das hier also nicht. So, der druckt von unten nach oben, gleiches Muster und dann den Deckel fertig. Das war es. Auf zum nächsten Modell. Jetzt öffnen wir dann einmal Quarter Cubic, 0,5, beziehungsweise 5%, nicht 0,5, sondern 5%, 1,2 Millimeter Wall. Öffnen das Ganze auch. Gehen hier auch mal runter. Und da seht ihr, der wird schon interessanter. Da druckt er ein recht interessantes Muster. Und zwar, er beginnt quasi hier und druckt dann schrägen nach oben, die sich dann hier wieder außen treffen. So haben wir das jetzt. Und dann wechselt er, wenn er dann oben ist, wieder die Richtung. Also ab hier sind wir hier. Dann wechselt er die Richtung wieder schräge zur anderen Seite. Und so druckt er das dann eben komplett hier nach oben in diesem Muster. Und ganz am Schluss gibt es dann auch wieder den Deckel. Jetzt kommen wir zum letzten Modell. Und das ist hier in dem Fall 30% Cubic. Das öffne ich jetzt einmal. Und da sehen wir direkt dieses Dreiecksmuster. Ihr seht aber, da kann man nicht nach unten durchgucken. Das heißt, die Dreiecke sind abgeschlossen. Und ich gehe jetzt mal hin, senke das ein bisschen nach unten, dass wir das hier in der Nähe betrachten können. Und da sieht es so aus. Er beginnt hier und tut quasi auch wieder schräg nach oben drucken. Ihr seht hier, er druckt quasi diese Dreiecke immer so in einer schräge nach oben. Die sind aber innen geschlossen. Das heißt, wir können da quasi nicht von oben nach unten gucken. Er druckt jetzt die versetzt. Jetzt haben wir eine Dreiecksebene zum Beispiel hier fertig. Und jetzt druckt er das nächste Dreieck quasi aus der Mitte hier heraus nach oben. Und das macht er dann immer wieder, bis wir eben dann hier oben ankommen. Das ist so ein Infill, den ich öfter benutze, weil der quasi aus allen möglichen Richtungen eine Stabilität quasi dann gibt. Im Anschluss werde ich euch jetzt nochmal alle Infills zeigen, die es in Cura 4.5 gibt. Wie gesagt, die ändern sich je nach Modell. Da sind auch schon welche rausgenommen worden, die es vorher gab, die es jetzt nicht mehr gibt. Die werde ich euch jetzt auf jeden Fall alle in der Übersicht zeigen. Und dann werde ich auch nochmal kurz was dazu sagen, was davon jetzt mehr Stabilität bringt und was man so achten muss bei Modellen, zum Beispiel bei transparenten Modellen, was es da zu beachten gibt. Dazu kommen wir jetzt auf jeden Fall im Anschluss. Und dann gibt es auch nochmal mein kurzes Fazit dazu. Infillstrukturen und Muster Die verschiedenen Strukturen haben verschiedene Anwendungszwecke. Ich habe die aktuellen Strukturen einmal als Übersicht zusammengetragen. Folgende Strukturen sind momentan verfügbar. Das kann sich jedoch mit jeder Zeit ändern. Also wenn Sie die Software halt updaten, dann kann es sein, dass da Strukturen hinzu kommen oder welche ersetzt werden. Momentan habe ich hier Cura 4.5 genutzt. Ich werde jetzt hier die im Bild zu sehenden Muster einmal durchgehen und da gibt es eben verschiedene Infills, 2D, 3D, Quick und so weiter. Da würde ich dann im Anschluss darauf eingehen, wann man das verwendet, was da der Vorteil ist. Und jetzt sage ich erstmal, was da die einzelnen Typen sind. Also oben haben wir Grid, das ist ein Strong 2D Infill. Daneben Lines, das ist ein Quick 2D Infill. Dann Triangles, also Dreiecke, das ist ein Strong 2D Infill. Dann Tree Hexagon, das ist auch ein Strong 2D Infill. Dann Concentric, das ist ein flexibler 3D Infill. Dann Cubic, das ist auch wieder ein Strong 3D Infill. Dann haben wir Cubic Subdivision, also mit Unterteilung. Das ist ein Strong 3D Infill und der benötigt weniger Material als Cubic. Dann haben wir Octet, das ist auch ein Strong 3D Infill. Dann Quarter Cubic, das ist auch ein Strong 3D Infill. Dann Zickzack, das ist eine Gitterstruktur, ein Gitterstruktur Infill mit diagonaler Struktur. Habe ich auch in meinem Testdruck verwendet unter anderem. Dann haben wir Cross, also Kreuz, das ist ein flexibler 3D Infill. Und dann noch Cross 3D, das ist auch ein flexibler 3D Infill. Dann gibt es noch den Gyroid Infill, das ist so ein bisschen schwer zu beschreiben, das muss man sich angucken. Wie gesagt, ihr könnt diese Modelle in Cura, also nehmt einfach einen Würfel und tut ihn dementsprechend oder teilen, ihr könnt euch das da auch live angucken, wenn ihr das möchtet. Jetzt kommen wir zu den einzelnen 2D Typen. Also da haben wir dieses Strong 2D Infill. Das sind Infills, die funktionieren bei simplen Modellen, die jetzt keine spezielle Stabilität benötigen. Das seht ihr auch an den Infill Typen speziell, die sind nicht so strukturiert, sage ich einfach mal. Dann gibt es Quick 2D Infills, die können für den schnellen Druck genutzt werden, aber die Modelle sind halt nicht wirklich stabil. Sieht man eigentlich auch schon am Infill selbst. Dann gibt es diese Strong 3D Infills, das sind so immer sehr gitterartige, engere Strukturen. Die sorgen dafür, dass die Modelle eben in alle Richtungen gleichmäßig stabil sind. Das ist so eine, sage ich mal, die Struktur, die man wählt, wenn man ein möglichst stabiles Modell haben möchte. Das ist dann zum Beispiel eben dieses Cubic oder eben Cubic mit Subdivision als Beispiel. Dann gibt es noch 3D Konzentrik und die eignen sich dann für flexible Materialien, weil das dann, alles ist dann ein bisschen biegbar, ein bisschen offener. Das heißt, wenn ihr flexibles Filament nutzt oder das Modell flexibler sein soll, also absichtlich das gewollt, dann wählt man eben so einen Typ. Fazit und Erfahrungswerte Die Infillmuster sind unter anderem für die Stabilität des Modells verantwortlich. Das sollte jetzt soweit klar sein. Bei flexiblem Material hingegen wählen wir natürlich die dementsprechende Struktur aus. Da achten wir dann nicht auf die Stabilität, sondern wir beabsichtigen hier dann, dass sich das Material möglichst biegen kann und eben flexibel ist. Das kann je nach Anwendungsfall auch bei einem nicht flexiblen Material eventuell auch gewünscht sein. Das müsst ihr dann immer selbst entscheiden. Für sehr stabile Modelle sind Strong 3D Infills wie Quarter Cubic oder Cubic empfehlenswert. Wie dicht die Muster im Inneren sind, legen wir auch noch mit der Infillstärke in Prozent fest. Das sorgt auch noch mal für eine dementsprechende Stabilität, je nachdem, wie viel wir da eben festlegen. Außerdem können wir die Wandstärke der Linien des Infills über die Infill Wall Thickness festlegen. Um die Außenwand nochmal dicker zu drucken, erhöhen wir den Wall Thickness Wert. Das heißt insgesamt mit einer Kombination aus diesen Werten erhöhen wir dann eben die Stabilität. Für simple Dekorationsobjekte reicht zum Beispiel auch ein niedriger Infill Prozentwert und ein 2D Infill Typ aus. Für Objekte, die mechanischer Kraft oder Gewicht ausgesetzt werden, ist ein Strong 3D Infill mit höherem Infill Prozentwert empfehlenswert. Hier seht ihr zum Beispiel den Druck eines Kopfhörerhalters bzw. die Schraube, welche mir beim Drehen abgebrochen ist. Und um dies zu verhindern, habe ich später dann den Infill und die Wall Thickness erhöht. Bei transparenten Materialien ist der Infill außerdem sichtbar, was jetzt an sich aber auch logisch ist. Wer hier also Wert auf ein sprechendes Aussehen legt, der muss hier die entsprechenden Werte setzen. Wenn man eben überhaupt nichts sehen soll, dann kann man das Ganze natürlich voll drucken, also mit 100% Infill quasi ein solides Objekt, aber das kostet natürlich extrem viel Filament. Da muss man dann überlegen, ob das einem das Ganze so wert ist. Dieses Video hat euch hoffentlich dabei geholfen, den Infill besser zu verstehen und ihr solltet nun auch wissen, wann ihr welchen Infill Typ und welche Stärke benötigt. Mehr Infill benötigt natürlich auch immer mehr Filament und erhöht somit auch den Preis des Enddrucks. Das war auf jeden Fall ein weiteres Video meiner Ender 3 3D Druckerserie und ich hoffe, es hat dir weitergeholfen. Den Link zum Artikel findest du unter dem Video. Das war's von mir. Ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video.